Und willkommen zu einer neuen Runde in Battlefield 3. Ich krieg's immer nicht aufgebacken. Ich werd jetzt mal snipen. Wird bestimmt total episch. Ich bin in der Warteschlange. 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 Sv-98 hab ich jetzt mal ausgewählt. Mal gucken. Da musst du immer nach... Wenn du einen Schuss gemacht hast, musst du halt immer wieder so nachfahren. Repetieren? Ja. Das heißt, du musst aus dem Zoom-Monus rausgehen. Okay. Nach dem Schuss. Da hatte ich am Anfang auch immer Sorgen. Wollte ich immer gleich ein zweites Mal schießen und spinnen. Was zur Hölle hat mich denn erst getroffen, Alter? Vom Dach aus. Super. Ein Helm-Kopter? Nein, ein C4-Horji. Kannst du irgendwo eine Funk-Barge aufstellen, denn es brauche ich da. Jetzt kannst du irgendwas freischreiben. Wenn genug Spawn hat, eine Funk-Barge. Funk-VR heißt das. Was ist denn jetzt passiert? Einer von unserem Squad. Von meinem Squad ist an so einem Tankleister vorbeigelaufen. Ich habe den Tankleister jetzt erschossen und er ist tot. Aber kein Teamkill. Tut mir leid. Das ist aber witzig. Oben auf dem Dach war einer. Zumindest vorhin. Ich kann noch nicht bei dir spawnen. Es muss einer aufstellen. Warte mal, ich spawner mir. Los. Jupp, bin da. Klasse Arbeit. Einsatzziele. Zwei Leute sind hier noch. Wo denn? Einer. Rechts von dir. Zwischen den Containern. Einer habe ich gekehlt. Einer liegt noch, ja. Nee, der wurde wiederbelebt. Okay. Okay. Er hat auch Spaß hier im MG. Wir haben das Einsatzziel neutralisiert. Over. Das schaut. Es geht schon wieder rein. Und da muss ich jetzt natürliche trocken. Ja. Ja, oder? Das hier ist doch noch. Ich trage mich jetzt. Ich trage mich jetzt. Fallschirm, der ist im Haus drin Gegenseitiger Chancen ist das Ding Gegenseitig finde ich... Gegenseitig hier Schnell, der ist weg Leave me alone super das habe ich aber von scheiß eingeparkt. funkfeuer. wollte ich doch gar nicht. kann ich gar nicht anders. super, das spawnen wir mal wieder bei dir und ist sofort tot. gar nicht. hast du keinen funkfeuer gesetzt? doch, aber es wird gleich wieder erschossen. logischerweise. weil ich bin in einem haus gespawnt was von 15 gegnerinnen umgestellt war. wenn man das nicht sieht vorher. da stand er. wie kommt der denn da hin? ich glaube hier bei D ist schon wieder einer. im dach. da ist bei D drinnen in der halle im hintersten teil genau so scheinbar zu sein und 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 Haube, ich suche nichts an! Wir haben das Einsatz des还ens! Ehhhh! Einer auf dem Weg zu Tee am Wasser. Ich bin gerade am Hubschrauber. Ja, ist klar! Ja, ist richtig, er hat mich raus geschossen für meine Hubschraube, hm, ich glaube auch. Scheiße, ey, ey. Deine Funkbark ist hier kaputt. Passt dir mal eine neue an. Oh, wie viel denn da haben wir mal gleich kam, ey. WC oder B oder was das ist? Hm. Oh, ich weiß, ich hab die gesehen. Augen auf! Man, geht doch mal tot. Wo bin ich denn gespawnt? Ja, er ist neu bei Kill. Was auch immer das gerade ist. Ball hält vor mir und ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, geil. Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Oh, wow. Ich weiß nicht, dass ich noch keine Spawn crime habe. Hm. Ja, nein, nein. Ja. Oh, nein. Ahnung, Schaube 24, Blatt. Ahnung, Sie sind nicht sicher hier. Ich sehe nicht sicher. Achse nicht sicher. Das ist die Türkei. Ich sehe nicht sicher. Ich sehe nicht sicher. Es ist ein gemeldlicher Eligmann aus Einsatzzorgen. umgerechnet haben wir nicht sowas wie ne blöde Flugabwehr oder sowas? was machen die? oder wo ist die? oder gibt's hier sowas nicht? mhm ich hab das Dinger eingepackt jetzt scheiße wir haben das Einsatzziel verloren kommt schon holt es euch zurück oh man ey ja wenn ich mir so die Level angucke von den Spielern sind die auch wieder sehr geil verteilt mhm so 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 Achtung wir haben einen feindlichen Panzerjäger in eurem Einsatzgebiet gesichtet ich hab ähhh ich hab ähhh P-Mechanik, Maschine ist post, Joll! Achtung, das Einsatzschild wurde eingenommen. Ja, klar. Oh, da ist noch eine, ich hoffe es nicht. Das Einsatzschild wurde neutralisieren, wiederholen, das Einsatzschild wurde neutralisieren, wiederholen. Feindlicher Helikopter wurde in eurem Gebiet gesichtet, over. Hey, hier ist die Position! Moni liegt neben dir. Wie dicht war der und wo war der? Ne, die waren weiter weg. Einer zwischen B und D, der läuft am Wasser rein. Total Unsinn, der ist relativ nah bei, äh, enge Kurven gelaufen, ich hab dich nicht einmal getroffen, den einen. Achtung, der Feind ist hellig in der Gesicht, das ist super. Oh, Panze! Achtung! In eurem Gebiet ist ein feindlicher Helikopter! Achtung! 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 Oh Mann, da ist ein ganzes blödes Team, ich meine. Ich bin ja schon scheiße, aber die anderen sind noch schlechter. Noch beschissener. Und das werden wir nie D eingenommen kriegen. Und das werden wir nie D eingenommen kriegen. Achtung! Achtung! Wir sehen an, meine Fein! 1! Achtung! Wir sch helpless, jetztwinning wurden eingenommen uns ger seemed... Wout guardieren! Da steht nicht Ruhe! gekillt. keine nummer. beim reparieren ne? der mut stellt sich auch nicht vor den panzer. nur daneben. ich stand daneben. dann bedanke dich bei deinem panzerfahrer dass der so scheiße schießt. danken dir der panzerfahrer. hey wieso wird die denn schon wieder eingenommen? schon wieder auf dem dach oder was? ne unten. neben der flage. im haus aber. einen hab ich. ich hab auch einen. oh das war der. man stecke ich da in dem scheiß wasser da fest. weißt du? der knöchel ist leicht im wasser. neben steckst du jetzt fest. rauskommt ist nicht mehr. blödsinn. übrigens hinter dir steht einer. blödsinn. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Ich bin es neben dir. ooooh da muss die blöde Waffe wieder alle sein jetzt bauen wir nicht wieder beide und nicht demonieren da muss die blöde Waffe wieder sein aber da muss die blöde Waffe wieder sein aber da muss die blöde Waffe wieder sein da muss die blöde Waffe wieder sein wieder Mausweiler ah seine Position braucht er gerade hm fliegende Felsen ja gucken wir mal ob wir D wieder kriegen aber ich glaub nicht ja einer hier wird ich bin mal ein B ok ich komm auch gleich wie in den Arsch krammen ich bin mal in die Arsch krammen aber nicht aber nicht nicht dass nicht sich Ich habe ihn markiert. ok, das ist gut, dann werde ich den mal gleich hier mit das bringen wir nicht C4 an da kann ich sehen, ne? da kriege ich ihn ja und ich habe ihn gekriegt, dankeschön für die Ansage zippt kommen aber gleich noch mehr noch einer fährt da hinten rum nimm A-Gard ein Nächster Panzer im Arsch Achtung, das Einsatzziele von unserer KZ Da ist deine Munition, heb sie auf Maaaann, spring da Munds nicht hoch Wer hat das sein Satt den Air-Band Wer hat das sein Satt den Air-Band Fondover Amgarde sind feindlichen Helikopter in eurem Gebiet gesichtet, over Hm, keine Waffe jetzt mehr Warte, ich bring die welche Ich komm mal da in der Richtung sonst bist du da gar nicht Hier, nach oben, meine und dann legt man da hin und kommt zu mir der O liegt unten das war glaube ich der Zusammenstoß gerade da hinten der Heli ist relativ dicht bei uns scheiße hier das ist so ein Blödsinn wir haben einen falschen Panzer in eurem Einsatzgebiet gefechtet und mit äußerst der Vorsicht weiter vor zum Glück hat seine Spielfigur irgendwas mit Granate geschrien sonst hätte ich ihn gar nicht gemerkt bemerkt ja kommt aus dem nichts ich gucke in die Richtung drehe mich um wird von da rum her sein das ist total Quatsch wir verpassen wir verpassen ich halte euch aus das ist noch ein Jeep 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 gefahren das ist noch ein Jeep in der luft haben wir überhaupt keine chance mit unserem team ich glaube der war es kann man diesen scheiß braune kaputt machen haben den hubschrauber runter geholt endlich mal hier hier unten wie dicht muss man denn an diesen bühnen fliegern eigentlich dran sein damit die erfasst werden ah no mann uns nicht dicht Oh, Mann. Papi, er sitzt in der Ruine. Irgendwo. In einem kaputten Haus. Oh, hier. Oh, Mann. Hier ist noch einer. Ja, war zwei. Ich kann aber wieder nicht weg. Du hängst ja wieder an jedem unsichtbaren Scheiß. Hüpfen und machen und tun, was du willst. Das ist von der Arsch. Kranzer. Kranzer, brem B. Ich bin verloren. Ja. Naja. Nein. Squat spawn, rippen, 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 rippen. Anti-Behicle-Rippen. Ja, gab reichlich Ribbons. Aber Snipern war ja nicht so der Burner. Vor allem, weil ich überhaupt noch kein Gefühler für die Waffen habe. Naja, das dauert noch mal. Naja, beim nächsten Mal geht's besser, vielleicht. Definitiv.